Gestern und vorgestern gab es ja in einigen Regionen Deutschlands noch zehn Nebel. Der sollte heute fast überall verschwinden. Das heißt, genießen Sie die Sonne, wo es geht. Und die Sonne jetzt um diese Jahreszeit ist eine reine Wohltat mit einer niedrigen Sonnenbrandgefahr. Sie stärkt und unterstützt das Immunsystem, hilft natürlich durch das viele Licht bei Depressionen. Also raus in die Natur und Sonne tanken, Sonne tanken, Sonne tanken. Vitamin D stärkt dann auch noch die Knochen, schützt das Herz und hilft sogar gegen Krebs. Also viel rausgehen bei diesem Wetter und dieses leuchtende Laub auch genießen, solange es geht. Und nach den derzeitigen Wetterkarten geht das mindestens bis zum Wochenende so. Und heute starten wir erst einmal mit einigen Nebelfeldern. In den Niederungen Norddeutschlands sind sie örtlich unterwegs, im Bereich der Mittelgebirge, in den Flussniederungen und im Süden Deutschlands immer noch verbreitet. Abseits des Nebels vom Oberallgäu bis in die Alpentäler, in die Oberbayerischen, da ist es schon sonnig. Und im Laufe des Tages wird sich überall die Sonne durchsetzen. Der Ostwind frischt auf und er sorgt dafür, dass der Nebel verschwindet. Am längsten dauert es ungefähr vom Lechfeld bis rüber an die Alb in die Gebiete südlich von Ulm. Der große Rest hat dann eben strahlenden Sonnenschein. Die Temperaturen klettern auf Höchstwerte von 19 bis 25 Grad. In einigen Gebieten, wo wir so leichte Föhneffekte von den Mittelgebirgen her haben, und in mittleren Lagen der Alpen sind es bis zu 26 Grad. Durch den Ostwind fühlen sich die Temperaturen, der Ostwind frischt im Süden leicht, im Norden kräftig auf. In den Niederungen Süddeutschlands, wo wir noch den Dunst haben, auch wenn der Nebel verschwunden ist, fühlt sich das kühler an. Also bitte aufpassen, etwas wärmer anziehen. Und geht man so 50 bis 100 Meter über die Dunstschicht, ist im höheren Alpenvorland, und der Wind ist schwach, dann fühlt sich das Ganze wie 29 Grad auf der Haut an. Das ist doch mal fast wie Hochsommer. Dazu gibt es abseits der Nebelgebiete das höchstmögliche, was astronomisch möglich ist, und zwar 11 Stunden Sonnenschein. Mit dem Nebel sind es ein paar Stunden weniger.